Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine jedoch nur um die Musikanteile gekürzte Version. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterfreunden mit Bernhard Lassan. Diesmal spreche ich über das Lied »Halleluja« von Lennart Kohn, ein Welt, der absichtslos wie aus sich selbst heraus entstanden ist. So sieht es Shingen Jan Genslen. Bei ihm hatte ich ein Seminar besucht, das »Contemplating Kohn« hieß und das sich mit dem Weg des Zen und mit den Songs von Kohn beschäftigte. Ich habe die vorgestellt als Jan Genslen und du bist auch gleichzeitig Shingen. So ist dein Name als Mönch. Oder als Jan Shingen oder Shingen Jan. Genau, das ist beliebig zusammensetzbar. Shingen ist eben mein Mönchsname, so wie G. Kahn Leonard Kohns Mönchsname ist. Und ihr habt euch auch nur so angesprochen. Bis zu seinem Tod. Also auch wenn ich E-Mail geschrieben habe, habe ich nie Lennarts und immer G. Kahn. Und er mich Shingen. Genau. Bei unserer Kontemplation war eine heitere, gelassene Stimmung spürbar gewesen. Das Gefühl, zu Hause zu sein, sich aufgehoben zu fühlen, lag in der Luft. Und es ist auch das, was im Zen angestrebt wird. Allerdings ist es kein Zustand, der ewig wehrt. Also ein bekannter Spruch ist »You cannot stay in heaven forever«. Du kannst im Himmel nicht für immer bleiben. Also der Himmel als Metapher für dieses Zuhause angekommen sein, weil es dort keine Toiletten und keine Restaurants gibt. Ja, das merkten wir wohl. So anregend die Gespräche auch waren. Wir mussten zwischendurch was essen. Das haben wir getan. Da habe ich mich gefragt, was wohl die Mönche gegessen haben, was Leonard Kohn gegessen hat. Und mit einem Blick auf die Speisekarte will ich mein Gespräch mit Shingen fortsetzen. Nach dem Glockenton. Was mich sehr beeindruckt hat, war, als einmal erzählt wurde von einem Essen, wo Leonard Kohn selber dafür sorgte, was es zu essen gab. Und es gab Chicken McNuggets und ganz teuren Champagner. Also diese Mischung zwischen dem Exklusiven und dem Profanen. Da habe ich sofort aufgehorcht und habe mir gedacht, das ist auch in seinen Texten zu finden. Er rätselte und verkünstelt. Und dann kommt wieder so ein Popzeile. Lover, lover, come back to me. Wo man denkt, naja, okay, das ist ein Popsong. Also er kann dieses profane, populäre mischen mit dem sehr Exklusiven. Genau. Und das zeigte sich eben auch an seiner Speisekarte. Absolut. Vor allem, das war ja nicht irgendein Essen, das war ja seine eigene Ordination. Und dazu gehört, dass derjenige, der da diese Ordination erlebt, dass der den Speiseplan gestaltet. Genau. Also zum Beispiel, als ich ordiniert wurde, wurde ihm auch gesagt, der ordinierte muss das bezahlen, das Essen für die ganzen Gäste. Also sprich, ich muss da irgendwie dann Fundraising dafür machen, wenn er das Geld selber nicht hat. Und ich habe meine Mutter gefragt, ob sie es zahlen würde. Sie meinte, ja. Da hat der Koch damals gesagt, okay, das könntest du machen. Zum Beispiel Lachs und irgendwas. Ja, so ein gutes, schönes Essen. Aber Champagner war da jetzt nicht unbedingt vorgeschlagen. Aber halt was Teures. Ich hatte keine Ahnung, wie teuer das für dich. Ich glaube, meine Mutter hat ein Vermögen dafür bezahlt. Und Leonard Cohen war der einzige Mann jemals, der Kentucky Fried Chicken bestellt hat. Also das Billigste vom Billigsten. Und dafür aber dann mit Champagner. Und gerade jemand, der nicht arm war, dass er dann sowas macht, das war toll. Das war irgendwie sehr authentisch. Das ist eine bestimmte Art von Ironie, die er hat. Wenn man zum Beispiel auch das Cover sich ansieht von I'm Your Man, wo er in einem tollen maßgeschneiderten Anzug, seine Eltern waren ja maßschneider, sitzt mit so einer Banane. Also er hat doch immer wieder die Art, sich selbst zu ironisieren und sich selber sozusagen in den Rücken zu fallen bei dem, was er macht. Und das macht die Sache dann auch erträglich. Genau, genau. Ich glaube, es war auch Teil seines Wesens. Wir haben uns selten über künstlerische Sachen behalten. Das war irgendwie Selbstverständnis, dass wir alle da sind, um zu praktizieren und nicht... Um Autogramme zu sammeln. Oder irgendwie uns mit diesen anderen weltlichen Sachen zu beschäftigen. Es gibt ja im Kloster auch noch genug weltliche Sachen, aber die sind dann mehr im Hier und Jetzt. Aber ab und zu haben wir ein bisschen uns unterhalten und da war er immer sehr bescheiden. Also ich hatte in Klosterzeiten ja nach wie vor kein so großes Verständnis oder Wissen von wer er war. Ich habe ihn einfach identifiziert mit diesen alten Songs, Suzanne und so weiter, aber wusste nicht mal, dass er schon wieder einen Compact hat mit The Future und I'm Your Man. Das wusste ich alles gar nicht. Und da hat er mir von einem anderen Künstler erzählt. Ich meinte ja, naja, das ist ein richtig großer Künstler, nicht so jemand wie ich, so ein kleiner Hausgepackener. Also er hat von sich immer selber sehr bescheiden erzählt und ich habe erst im Nachhinein wirklich kennengelernt durch meine eigene Recherche, wer er eigentlich als Künstler ist und ja. Hattest du auch vorher keine Konzerte von ihm gesehen? Nee. Danach war ich dann auf jeder Tour. Ja, da hat er uns auch eingeladen. Also genau, dann brauchte ich nur E-Mail und sagen, ja, zu dem Konzert würde ich gerne kommen und dann waren wir da auf der Gästeliste. Aber ihr habt als Mönche schon auch, also du hast dich zurückgehalten, aber andere haben schon auch ein Interesse gehabt an seinen Liedern. Man hat zum Beispiel Halleluja gekannt. Es gab es damals schon. Es gab es damals, aber ich kann nicht bestätigen, dass das jetzt die Mönche unbedingt alle kannten. Einige. Wahrscheinlich kannten die Amerikaner sich dann doch mit seinen Songs ein bisschen mehr aus als ich zum Beispiel. Ich hatte es vielleicht auch mal gehört. Aber damals war der Song noch unbekannt. Das ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Der war schon erschienen auf einer Platte, die nicht erfolgreich war. Ja. Das ist seine schlechtest verkaufste Platte aller Zeiten. Genau. Der große Durchbruch für das Lied kam später. Ja, und das ist für mich auch ein schönes Sinnbild für das Leben, wie das dem funktioniert. Lennart Kohn zieht sich zurück, bricht seine Karriere ab, geht ins Kloster, meditiert da jahrelang und in der Zeit, ohne dass er irgendwas dazu tut, wird plötzlich ein Alterssong von ihm einer der größten Welthits überhaupt. Das ist doch erstaunlich, oder? Ja. Also jahrtische Kampfsporttechnik, dass man die Energie dadurch entwickelt, dass man sich zurückzieht. Also ohne Absicht natürlich. Das funktioniert nicht, wenn man sowas beabsichtigt, aber es ist ein Prinzip, das tatsächlich manchmal wirkt. Ich glaube auch, dass es ohne Absicht war, weil es andererseits in seinem Leben durchaus absichtliche Versuche gab, eine Karriere zu machen, auch als Romanschriftsteller. Er war ganz enttäuscht, dass sein erstes Buch, das Lieblingsspiel, kein großer Erfolg war. Übrigens alles meiner Lieblingsbücher. Während dann schöne Verlierer, was ich gar nicht so mochte, ein großer Erfolg war, noch nach China übersetzt wurde. Dennoch hatte er das Gefühl, er kann weder von seinen Gedichten noch von seinem Romane schreiben, wirklich leben. Und er hat dann, so als hätte er es aus Verlegenheit getan, diese Sängerkarriere angefangen. Gleichzeitig hatte er schon bei ihm mit zugehört, dass er immer eine gestimmte Gitarre über seinem Betting hatte. Er hat versucht, Karriere zu machen, mit Phil Spector eine Platte aufgenommen. Aber der wirkliche Erfolg, der kommt dann ungeplant. Der kommt dann, ohne dass man das so beabsichtigt hatte. Ja, ja. Und ich denke auch, der anfängliche Erfolg, also das sind jetzt alles Spekulationen, auch nur von dem, was ich in den Biografien gelesen habe. Als er anfing, erfolgreich zu werden, also sprich, als er seine ersten Erfolge mit Suzanne und so weiter hatte, das ist ungefähr die gleiche Zeit, als er mit Zen angefangen hat zu praktizieren. Ja? Ja. Er hat den Roche Ende der 60er Jahre kennengelernt. Mhm. 69, glaube ich. Und hat dann angefangen zu praktizieren, zu Sishins zu gehen, zu diesen Schweigewochen. Er war dann ein richtig enger Teil der Sangha. Das weiß kein Mensch aus dem Sangha. Der Sangha. Sangha ist die Gemeinschaft der Praktizierenden. Das heißt, alle kannten ihn. Mein erster Lehrer, der Genro, das war sozusagen ein Bruderpraktizierender von Lennart Cohen. Die kannten sich gut. Ja, die haben sich immer wieder getroffen. Und auch andere aus der Generation. Das ist weitgehend unbekannt. Man weiß irgendwie, dass er seine Jahre im Kloster hatte, aber dass er seit Anfang der 70er Jahre ein intensiver Zen-Praktizierender war. Mhm. Und hat Cohen ein großes Ding gemacht. Es ist aber deutlich, dass zu dem Zeitpunkt hat es auch angefangen, dass er plötzlich aus Versehen mehr oder weniger ein erfolgreicher Senner wurde. Mhm. Und dann nehme ich so wahr, als Künstler, dass er das selber nicht forciert hat. Also du sagst zwar, er hat es probiert mit Respektor, aber eigentlich sieht man auch, dass er immer wieder einfach versucht hat, authentisch zu sein und seine eigenen Dinge zu machen. Das ist die Kunst des Bogenschießens, die da praktiziert wird. Man versucht nicht zu treffen, sondern man versucht, einen guten Schuss zu machen und dann hat man einen Schuss guter getroffen. Mhm. Ja. Der ja versucht, uns den Zen-Buddhismus zu erklären für Westler sozusagen, dass man eine gewisse Absichtslosigkeit in Kauf nimmt. Vielleicht kann man es wohl nicht sagen. Dass man absichtslos vorgehen sollte. Vielleicht ist es wirklich so, dass man, wenn man einen Plan macht, dass es dann anders kommt, als man denkt und die wirklichen Erfolge sich fast schon gegen die Absicht einstellen. Weißt du, welche Zelle mir da einfällt von Daniel Cohen? Na? In full command of every plan you racked. Aha. Aus Alexandra Levin. Aus Alexandra Levin, ja. Ich finde es so schön und jetzt passt du dazu, in full command. Also er ist in völliger Kontrolle, völliger Herr über all seine Pläne, die aber alle den Bach runtergehen. And even though it all went wrong, I stand before the Lord of Song, ja. Eigentlich ist alles so gelaufen, wie es nicht geplant war. Trotzdem sage ich, Halleluja. Genau. Das ist ja die Botschaft des Liedes. Also eben wurden die Haare abgeschnitten und die Frau hat ihm von Thron gestürzt, hat ihn auf verschiedene Art und Weise gepiesackt. Sie hat ihn gebrochen und was sagt er dazu? Es war alles gut. Halleluja. Es war alles gut. Ja, das ist die Botschaft. Er benennt die Sache nicht direkt. Zum Beispiel dieses Lied Ballad of the Absent Mare, die Ballade von dem Pferd, das weggelaufen ist, bezieht sich auf die alte Zen-Geschichte von Ochsen und seinem Hirten. Das merkt man im ersten Moment dem Lied gar nicht an. Genau. Wobei ich glaube, man kann es nachlesen. Also ich glaube, er hat da kein Geheimnis draus gemacht. Ich habe das Lied zu Anfang gar nicht besonders geschätzt und bin dann überrascht gewesen, dass zwei Kollegen aus der Liedermacher Welt, nämlich Tommy Bayer und Manfred Maurenbrecher, sagte, das ist aber gerade ein ganz besonderes Stück. Und Tommy Bayer hat es auch nicht gemerkt, dass es sich auf den Ochsen und den Hirten bezieht. Ich habe es auch erst von dir gelernt. Ach so, okay. Ja. Es ist ja schon die Reihenfolge wichtig. Es heißt ja nicht der Hirte und der Ochse, sondern der Ochse und sein Hirte. Ja. Und wofür steht denn eigentlich der Ochse oder das Pferd, das weggelaufen ist? Ja, also das ist eine ganz traditionelle Zen-Geschichte, die aber auf dem Daoismus vorhat. Also es sieht so aus, als ob die tatsächlich zuerst im Daoismus war und dann der Zen die sozusagen sich geliehen hat und dann zu einer Zen-Geschichte gemacht hat. Der Ochse steht für das wahre Selbst, also für dieses Zuhause, für dieses ganz Zuhause sein. Die Geschichte fängt damit an, dass der Ochse weggelaufen ist. Das heißt, das wird postuliert als die Grundsituation von uns Menschen überhaupt. Ja. Dass da eine Trennung. Dass der Ochse nicht mehr da ist, ja. Und wir fühlen uns unwohl. Wir wissen erst gar nicht genau, warum. Ja, es ist mehr als unwohl. Man muss wieder der Boden unter den Füßen weggezogen. Also er sagt es in einem Lied, der Cowboy, dem plötzlich sein Pferd fehlt, ja, der ist dann verloren, ja. Ja, genau. Leonard Kohn beschreibt es auch sehr dramatisch. Das ist dann die Situation, aber eigentlich erst, wenn wir merken, was passiert ist. Davor können wir vielleicht uns noch gut zurechtfinden im Leben. Dann wird vielleicht uns der Boden unter den Füßen weggezogen wegen dramatischen Ereignissen. Oder wir werden depressiv oder irgendwas passiert. Aber wir wissen gar nicht, was ist eigentlich los. Was ist eigentlich der ursprüngliche Konflikt? Und der ursprüngliche Konflikt, so beschreibt es die Geschichte von allen Menschen, ist, dass sie diesen Ochsen wiederfinden müssen. Das ist einfach Teil des menschlichen Wachstumsprozesses des Inneren. Der haut ab und deine Aufgabe ist, das Ding wiederzufinden. Und das beschreibt diese Geschichte. Die ganzen Stadien, was jetzt passieren muss. Und was dann passiert, wenn du den Ochs wieder gefunden hast. Das ist auch spannend. Das ist nicht so, du hast den Ochs. Dann ist es wieder gut. Sondern dann geht es eigentlich erst richtig los. Dann diesen Ochsen zu zähmen, wirklich eins mit ihm zu werden. Und wenn man eins ist, dann aber auch wieder loslassen zu können. Ochsen zu vergessen. Sich selbst zu vergessen. Dieses Erleben von zu Hause sein. Da ganz anzukommen. Also selbst das kommt in der Geschichte vor, dass du am Schluss den Ochsen wieder vergisst. Dass du das Ganze wieder in deinen Alltag bringen kannst. Das heißt dann returning to the marketplace. Zurück zum Marktplatz. Mit helfenden Händen. Also auch ganz wichtig, dass das keine Geschichte ist, wo du nur mit dir selbst zu tun hast. Sondern dass du das auch als Geschenk der Welt wieder darbringst am Ende. Dass man selber mit helfenden Händen dabei ist in der Welt. Dass man sich beteiligt. Dass man insofern wieder ein Teil der Gemeinschaft wird. Dass man wieder mitmacht. Und auch aktiv mitmacht. Meine Güte. Ja, und ich habe mich zu Anfang gefragt, was jetzt er da war. Dein Interesse für Zen oder dein Interesse fürs Liedermachen. Und so gegen Ende werde ich dich jetzt fragen, was am meisten nachhalten wird. Ich vermute mal, du wirst jetzt nicht mehr wieder Lieder machen, sondern wirst mehr meditieren. Wenn ich dich als jemanden beschreibe, der an zwei Schauplätzen aufgetreten ist, dann wirst du dich jetzt weniger auf das Liedermachen, sondern mehr auf Zen konzentrieren, oder? Ja, das ist richtig. Aber das ist sowieso meine Biografie. Das kann man nicht so vergleichen. Es ist ja nicht so, dass ich jemals wirklich professioneller Liedermacher war. Sondern das war einfach eine Phase meines Lebens, die ich ganz toll fand, wo ich in diese Sago-Runde kam. Ja, genau. Sago ist eine Art Akademie für Liedermacher, die von Christoph Stählin ins Leben gerufen wurde. Genau, und da war ich so ganz am Anfang dabei, als das gerade erst anfing mit diesen Seminaren. Und das hatte übrigens auch eine Qualität, die so war, wie du es vorher beschrieben hast, wenn du sagst, du kommst in diese Zen-Zirkel und du hast die andere Atmosphäre von den Zen-Mönchen. Das war auch eine solche Qualität. Also ich habe mich da so aufgehoben gefühlt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da war der künstlerische Ausdruck ganz klar für mich und ich glaube für alle, Teil eines persönlichen Wachstumsprozesses und auch der Auseinandersetzung mit der Kritik der anderen. Und das war das Wunderbare, dass man da einen sicheren Ort hatte. Man konnte seinen Text vorstellen und alle haben den zerblättert und manchmal nichts Gutes dran gelassen. Aber es war so respektvoll. Und gerade, dass sozusagen kein Blatt vor den Mund genommen wurde, das habe ich als Respekt vor meinen Texten empfunden. Und das ist ähnlich wie in der Zen-Welt, wo auch manchmal kein gutes Haar in dir gelassen wird. Zum Beispiel, wenn du mit der Antwort deines Korns zum Roche gehst und trotzdem hast du das Gefühl, du bist hier zu Hause und du wirst hier gesehen, wie du bist, gerade weil die Leute ehrlich zu dir sind. Also diese Phase mit dem Liederschreiben, das war für mich eine ganz wichtige Phase und ich habe eine starke Affinität dazu. Also vor allem großen Respekt vor denen, die das nach wie vor machen. Und ich liebe es, die Texte zu hören und die Lieder. Und ich selber würde es gerne machen, aber dann ist für mich ganz klar, das, was in meiner Biografie sozusagen das Leitmotiv ist. Und dadurch, dass das ja viel auch damit zu tun hat, immer hier und jetzt zu sein und nicht abgelenkt von Gedanken, das ist ein bisschen für mich schwierig mit den Texten. Weil wenn ich an einem Lied arbeite, dann verfolgt mich das im Alltag und ich bin dann dauernd in meinen Gedanken bei diesem Song und nicht bei dem, was ich gerade mache. Weil die entstehen ja in einem. Man muss denen Platz geben dafür, dass die sich entwickeln können, wie so eine Pflanze, die aufblüht. Und Leonard Cohen, bei dem war es halt, denke ich, völlig anders gewichtet, dass für ihn das Schreiben definitiv das Erste war. Das war sein Weg. Hat er wirklich jeden Morgen geschrieben? Nee, im Kloster nicht. Also er hat es mal eine Zeit lang gemacht. Das steht jedenfalls in seinen Biografien, dass er noch in Hotelzimmern gelebt hat und jeden Morgen besessen geschrieben hätte. Ja, und ich denke, da ist er auch wieder zurückgekommen, dahin nach der Klosterzeit, dass er gemerkt hat, das ist Teil von mir. Das ist Teil meines Weges. Der Text, die Lyrik. Und auch bei ihm hat man gemerkt, dass das sicher nicht leicht war, das beide zu verbinden, das im Hier und Jetzt sein. Unterschreiben, aber er hat es verbunden. Er hat es verbunden und er hat es ganz fantastisch verbunden. Was aber auch im Zen den Preis hatte, dass er manchmal nicht so präsent war, wie er eigentlich hätte sein sollen. Also zum Beispiel in der Aufgabe, die wir beide gemeinsam hatten, die Leitung der Meditation, da war er manchmal einfach nicht präsent. Das war zum Beispiel so im Sendo, in der Meditationshalle. Gab es einen Zeitpunkt, wo dann eine Glocke geläutet wurde? Dann sind alle der Reihe nach zum Roshi gegangen. Aber das war chaotisch. Das war nicht reguliert. Wer geht wann? Das heißt, manche sind aufgesprungen und gerannt und dann gab es da einen Warteraum, wo auch diese Glocke wieder war, die jeder da geläutet hat. Aber die, die nicht aufgesprungen sind, die mussten im Auge haben, sind genug Leute oben, dass ein paar Leute im Warteraum sind. Und wenn nicht, dann sollte ich jetzt mal langsam gehen. Und der Chigichitsu hatte die Aufgabe, dann irgendwann zu sagen, Sansen! Und Sansen ist der Begriff für das Treffen mit dem Roshi. Und das erinnert dann die Leute dran, bitte geht her. Und wenn er die Aufgabe hat, er hat es immer verschlafen. Er hatte nicht diese Aufmerksamkeit. Er war so in seiner Meditation drinnen, aber ebenso wie ein Künstler, der so in seinen Texten drinsteckt, dass ihm dann die Aufmerksamkeit für außen abhanden geht. Da war er nicht besonders gut drin. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass er eben diese zwei Wege vereinbart hat. Und das ist auch völlig okay. There's a crack in everything, right? That's how the light gets in. Mir kommt es vor, als wenn das sogar auch schon in der Barock-Lyrik ein Gedanke ist. Es ist ein berühmter Spruch, there's a crack in everything. That's how the light gets in. Es gibt auch in Boront ein Hochhaus, wo das Hinschrift überall sichtbar hingeschrieben ist, dass an allen Dingen ein Schwung ist, ein feiner Haarriss im Firn ist. Und das Licht, was da durchscheint, könnte eben das Licht der Aufklärung sein. Aber ich glaube, auch in der Barock-Lyrik gibt es diesen Gedanken, dass diese Dinge, die ja auch in der Barock-Zeit sehr auf Äußerlichkeiten und auf üppiges Nach-Außen-Treten gerichtet waren, dass die immer auch schon einen kleinen Schnitt hatten. Es gab ja sogar in der Perücke von Ludwig XIV ein Guckloch, damit man sein echtes Haar darunter sehen konnte. Ja, weil es ein bisschen schade war, dass seine schönen Haare durch die Perücke verborgen wurden. Also es gab immer so einen Spalt, wo man durchgucken konnte und wo man den Vorhang so ein bisschen zur Seite schieben konnte und sehen konnte, dass dann noch ein anderes Leben dahinter war. Dieses Lied, hast du auch versucht zu übersetzen. Ja, das stimmt. Und da gibt es einige Schwierigkeiten. Wie bei allen. Wie bei fast allen. Forget your perfect offering heißt es dann zum Beispiel. Und da habe ich mich auch gefragt, wie man das übersetzen könnte, weil es kann ja Opfer heißen, aber es kann auch Angebot heißen. Ja, deine Gabe. Opfergabe. Genau. Willst du da von mir kurz hören, wie ich da? Ja, bitte, bitte. Also ich denke, das ist wirklich ein repräsentatives Beispiel für die Schwierigkeit, Leonard Cohen-Texte zu übersetzen, weil er immer wieder diese Bilder drin hat, die man nicht eindeutig zuordnen kann. Und ich denke, das ist dann auch tatsächlich so, dass das in Leonard Cohns Welt wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten gab. Also es könnte aus dem Judentum etwas sein, es kann aus dem Buddhismus was sein. Und ich kann nur anbieten, was ich darin höre als Zen-Buddhist. Auch wenn vielleicht der Ursprung dieses Bildes für ihn aus dem Judentum kam, ich weiß es nicht. Er hat ja schon vorher gesagt, das ist der gleiche Song, wo diese Glocke drin vorkommt. Ring the bell that still can ring. Ich denke da an Leonard Cohen, wie er vor dieser Glocke sitzt. Wir alle saßen dann vor dieser Glocke, bevor wir dann zum Roshi gegangen sind. Und dann nehmen wir einen Holzhammer, Schlegel in die Hand und läuten diese Glocke. Und dann gehen wir zum Roshi. Und dann versuchen wir ihm, unsere Antwort auf das Chor anzugeben. Also es ist ja immer so, der Roshi gibt dir die Frage und du gibst die Antwort. Und ein wichtiger Aspekt im Beantworten eines Korns ist, das würde gut passen zu Perfect Offering. Also Perfect in dem Zusammenhang würde heißen, vollständig, komplett, komplett. Gebe dich 100 Prozent. Völlige Hingabe. Die Antwort vom Korn hat immer zu tun mit völliger Hingabe deines Ganzen selbst. Auch körperlich. Die Antworten sind oft auch tatsächlich körperlich, dass du eine tiefe Verbeugung machst, aber dann musst du zeigen, dass du völlig drin aufgehst mit deinem ganzen Körper. Und dann würde der Roshi sagen, oh, very good, 80 Prozent. Ja, dann würde er seine eigene kleine Glocke leuten, das heißt, Sansen ist vorbei, geht zurück zur Meditationshalle, nächstes Mal bringen mir 85 Prozent. Und so bemüht man sich dann, dieses vollkommene Geben zu praktizieren. Und das Ideal wäre dann, sich ganz zu vergessen in dieser Sache. 100 Prozent. Ganz verschwunden zu sein in dieser Gabe. Das wäre dann das Perfect Offering. 100 Prozent. Aber keiner reicht es jemals. Der Roshi würde irgendwann sagen, 98 Prozent, aber 100 Prozent kriegt nie jemand. Und die Erfahrung, dann irgendwann mal dieses Erleben zu haben, dass wir uns hundertprozentig verlieren in irgendetwas, das würde heißen, das wahre Zuhause gefunden zu haben. Das passiert, wenn wir es vergessen haben. Wenn wir nicht mehr daran anhaften, an dieser Idee des vollkommenen Offerings. Wenn wir einfach natürlich sind, loslassen, forget. Und das ist für mich, als Zen-Buddhist, dieses forget your perfect offering. Du wirst immer deine Cracks haben. Auch die Unperfektion gehört dazu. Du kannst nach Perfektion streben, du wirst sie nie erreichen. Die wird dann durch die Cracks irgendwann sichtbar werden. Ja, also man sollte nicht das Opfer vergessen, sondern den Anspruch, dass das Opfer perfekt sein sollte. Und ich war so oberflächlich und noch so weltlich in meinem Denken, dass ich da ein bisschen was anderes drin gesehen habe. Ich habe es einfach so verstanden, dass diese Werbewelt, die einem hier Sonderangebote macht, Sommerschlussverkauf, und das müssen sie einfach kaufen, billiger geht es nicht mehr, dass man diese Verlogenheit der kommerziellen Welt, dass man die vergessen sollte, also die Lüge des Sonderangebots. Das habe ich daran gesehen. Aber das ist gar nicht mal so weit davon entfernt. Kann man miteinander verbinden, ja. Ich zeige dir noch ein Beispiel dazu. Ich habe einmal an so einem Korn gearbeitet, längere Zeit, und bin nicht zu meinen 100 Prozent gekommen. Auch nicht zu 80? Doch, 80 habe ich geschafft. Ich glaube sogar 90. Und irgendwann bin ich richtig sauer geworden und habe dann dem Roshi irgendeine richtig wütende, aber nicht unhöflich, also nicht grenzüberschreit. Ich war wütend und habe das auch dargestellt. Dann hat der Roshi gesagt, now you are beautiful. Ach. Ja. Also das war vielleicht genau dieses Let go. Das heißt, dass du den Gedanken abgelegt hast oder alle Gedanken abgelegt hast, die in die Richtung gehen können. Ich muss mich jetzt auf irgendeine besondere Art und Weise präsentieren. Ich muss das auch in die richtigen Ausdrücke kleiden, wie ich diese Rätsel lösen möchte, sondern da bist du einfach zurückgefallen. Jetzt mir ganz egal. Ja, und das war genau richtig. Genau, also ich kann nicht sagen, dass es die Lösung des Korns war. Es war die richtige Art, darauf zu reagieren. Richtig, es war dieses Forget. Now you are ready. Jetzt bist du an dem Punkt, wo du mal bitte loslässt von diesem Anspruch der Perfektion. Ja, und das wirkliche Loslassen bei Korn ist dann sein Sterben. Das heißt zum Beispiel in einem Lied, I'm ready, my lord. Ja, auf seiner letzten Platte. I'm ready. Da war ich ja nicht mehr auf Momboli, sondern in Europa, aber ich hatte Kontakt mit einem anderen Mönch, der dort gelebt hat und mit Leonard Cohen auch sehr nah war. Er hat gesagt, Leonard Cohen hat ihn und den Roshi eingeladen, diese Platte zusammen anzuhören. Und der Mönch, der hat gesagt, der hat geweint, weil er gemerkt hat, das ist sein Abschied. Damit will er sagen, okay, das ist jetzt mein letztes Werk und ich sterbe bald. Und auch da, obwohl es wirklich was Trauriges ist, hat es noch etwas Versöhnliches. Ja, finde ich auch. Ich finde es eine tolle Platte. Einerseits mit viel Zynismus, viel Dunkelheit, aber all das gleichzeitig auch mit Humor und Leichtigkeit. Er Cohen hat sogar selber von sich gesagt, dass er sich als komische Stimme sieht, was man irgendwie so richtig glauben mag. Er ist nicht gerade ein Witzeerzähler, aber er hat durchgehend einen Humor oder er hat einen zugrunde liegenden Humor. Es ist auch bei seinen Live-Konzerten so, dass die Leute richtig begeistert sind und ständig lachen müssen. Zeile für Zeile sind dann die, die den englischen Text Verstehen begeistert und können mit einstimmen. Man hat schon das Gefühl, dass es nicht so eine transusige Veranstaltung ist, sondern es gibt einem einen ironischen Grundbestand an Durchhaltekraft. In dieser Sago-Schule, von der wir gesprochen haben und Christoph Stählin, da herrschte auch ein bisschen so ein Chor, ein Geist. Christoph Stählin hat zum Beispiel selber gesagt, man solle nicht zielen. Wenn man ihn getroffen hat, dann würde man es schon merken. Er hat auch das Buch gelesen, Sennen der Kunst sich Bogenschießen und er war auch mal in Japan und er mochte diese Art von Liedern nicht, die eins zu eins im Maßstab das sagen, was sie sagen wollen, also die genau darauf zielen und vor allen Dingen nicht die Lieder, die darauf zielen, eine bestimmte Reaktion hervorzurufen. Er hat eine ganz andere Art von Auftreten gegenüber dem Publikum sich vorgestellt, wo man nicht genau sagt, worauf es hinausläuft, sondern wo man das dem Publikum überlässt. Das war seine Methode, die er gelehrt hat und die hatte ein bisschen was vom Sennen. Ich habe eine sehr starke Verbindung über Sennen mit Christus Terin empfunden. Ich habe ja vorher dargestellt, dass ich den Sennenweg im Prinzip fast gleichzeitig mit der Sargoshule begonnen habe und dass da sofort eine Verbindung mit ihm war. Es war so, als ob wir da Brüder waren auf diesem Weg. Er hat erzählt, dass er meditiert hat. Er hat da eine kleine Hütte gehabt auf der Schwäbischen Alp und da hat er erzählt, dass er da jeden Tag meditiert hat, wenn er da dort war und eben auch das Bogenschießen gemacht hat. Definitiv war der Senn-Gedanke für ihn etwas Nahes und er hat für sich den Weg im Westen gesucht. Also so, dass er das Gefühl hatte, gut, aber auch im Westen gab es und gibt es viele Menschen, Vorbilder, die auch das gehen auf unsere Art, auf unsere westliche Art und deswegen war er kritisch der Tatsache gegenüber, dass ich dann später mich so komplett dem Sennen verschrieben habe. Peter hat das akzeptiert. Ich hatte immer das Gefühl, er empfindet sich auch als ein Praktizierender auf einer ähnlichen Ebene wie Senn, der das in seiner Kultur versucht, aber sich da sehr verbunden fühlt mit dem Gedankengut und dem Weg des Senn. Ich wusste nicht, dass er das Buch vom Herigel gelesen hatte, aber er hatte mir ein anderes Buch gezeigt von irgendeinem japanischen Roshi und da hat er gesagt, schau, das ist der große Verräter. Damit wollte er sagen, der hat jetzt über die ganzen Sachen geschrieben und erzählt, über die man eigentlich gar nicht schreiben sollte. Ja, ja, wie man auch über das persönliche Mantra und über das Koran nicht reden sollte. Genau, und er war aber natürlich sehr glücklich, dass es diesen Verräter gab, weil er sich dadurch inspirieren konnte und er hat dann auch mir manchmal Sachen erzählt und gesagt, okay, das ist jetzt ein Koran, aber sein eigenes. Aber er hat auch den Begriff Koran genutzt. Dann hat er kleine Sprüche erzählt, wo er gesagt hat, okay, das bringt dich jetzt ins Hirn selbst. Mit anderen Worten, er hat ja auch dieses Gedankengut verinnerlicht, das ist in der Kunst. Also wenn wir sagen, ein Koran ist ja auch so ein bisschen was wie ein Kunstwerk, dass es in der Kunst darum geht, einen in Kontakt mit einem tieferen selbst zu bringen. Die Musik versucht Komplexität auf der Zeitachse darzustellen. Also als hätte man eine mehrlagige Torte, einerseits so kleine Kreise, wo man verbunden ist, größere Kreise, alles übereinander gelegt und das bewegt sich auf einer Zeitachse. So müsste man sich unser Leben vorstellen. Wir befinden uns in mehreren Kreisen gleichzeitig und bewegen uns dabei auf einer Zeitachse und das ist genau das, was komplexe Musik macht. Ein großes harmonisches System hat, sich aber fortbewegt in einem Takt und es einem ermöglicht, so ein Gefühl zu kriegen, was ja dieses Hier und Jetzt Gefühl ist, was ja auch die Leute sagen, die Musik genießen oder die tanzen oder die musizieren. Die haben ja auch das Gefühl, dass im Augenblick alles stimmt, dass im Augenblick alles anwesend ist und das hat eine Verwandtschaft oder Ähnlichkeit oder vielleicht ist es sogar dasselbe wie in der Meditation. Das hat definitiv eine Übereinstimmung. Ja, eine Ähnlichkeit oder eine Übereinstimmung. Genau, also insofern ist das für mich von Anfang an in der Sago-Runde auch präsent gewesen, dass das für mich auch mit Zen zu tun hatte, auch was der Christus Stellung gemacht hat. Aber natürlich, er ist Christ gewesen, keine Frage. Also das muss man immer wieder betonen, dass das ja nicht sich ausschließt, dass er als Christ diesen Zen-Weg auch für sich als relevant empfunden hat. Ja, er ist ja auch ein großer Fan von Johann Christian Günther gewesen, diesem Barockdichter, den man auch nur richtig verstehen kann, wenn man die Religiosität mit berücksichtigt, die da einsteckt, die heute gar nicht mehr nachvollziehbar ist für viele. Also wir leben nicht mehr so. Ich weiß nicht, wie lebst du denn? Lebst du als Christ? Nö, wenn dann eher als Zen-Buddhist. Als Zen-Buddhist, ja. Das heißt, du gehst auch nicht zur Kirche? Nee. Der christliche Hintergrund hat eine Rolle wegen der Familie, wegen meinen Kindern. Mein Sohn war auf einer evangelischen Grundschule und jetzt sind meine Kinder auf einer Waldorfschule. Sie hat ja auch ein bisschen so einen christlichen Hintergrund und das finde ich auch alles gar nicht schlecht. Ich komme auch aus dem Christentum. Das ist von zu Hause aus. Ja, genau. Aber es ist nicht mehr meine eigene innere Realität. Das ist für mich was völlig Akzeptables und Gutes. Da bin ich einfach zu tief eingestiegen in Zen-Buddhismus. Das ist meine Welt. Das ist ein Buddhismus. Das Rituale, das morgendliche Meditieren, das Editieren in der Gruppe gemeinsam, das regelmäßig auf Retreats gehen. Das ist so das, was mein Leben ausmacht. Und du wirst auch weitere Angebote machen wie dieses Angebot, bei dem ich auch dabei war, Contemplating Cone, also wo man das verbindet? Das macht mir Spaß. Aber es ist gleichzeitig viel Arbeit. Ja, ich sage mal, das Ganze, was man immer machen muss, wie macht man das bekannt, dass dann die Leute, die das interessiert, auch kommen? Da bin ich überhaupt nicht der Typ dazu. Deswegen bin ich da hin und her gerissen. Weil in der Zen-Welt, das ist so ein Selbstläufer, weißt du? Diese Leute, die jetzt hier in die Zen-Gruppe kommen, das ist alles über Jahre aufgebaut und das mache ich sowieso. Und alles andere ist so eine nette, kleine, schöne Nebenbeschäftigung, die ich auch als Fundraising für mich gemacht habe, damit ich dann wieder meinen nächsten Flug nach Japan bezahlen kann. Aber es ist eigentlich mir zu viel Arbeit in der Richtung, wo ich überhaupt nicht der Typ dafür bin. Also sprich, dieses ganze organisatorische Drumherum. Ich glaube, das ist ein Klagelied, das viele Künstler anstimmen können. Ja, bestimmt, ja. Und dass sie eine Seite gleichzeitig entwickeln müssen, die ihrer künstlerischen Seite so gar nicht entspricht, die dem widerstellt. Und damit verabschiede ich mich von dir, lieber Jan. Du hast es ja schon gesagt, plötzlich ist die Liebe weg und man muss wieder von vorne anfangen. Aber an dieser Stelle möchte ich mich so bedanken, wie es der Sache angemessen ist. Wie macht man das? Verneicht sich? Und man sagt, Dankeschön, oder? Ja, das kann man jetzt nicht sehen, weil wir jetzt nur im Wohnfunk sind, aber man verneicht sich. So, ich sage, Dankeschön für das Gespräch und für diese vielen Anregungen, die du uns gegeben hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht. Das war die Sendung unter Freunden mit Bernhard Lassan. Eine neue Sendung in dieser Art können Sie auf Kontrafung jeden Donnerstag hören, immer um 20 und um 23 Uhr, jeweils nach den Nachrichten. Die Folgen werden am Freitag wiederholt und als Podcast archiviert, sodass Sie die jederzeit nachhören können. Zum Beispiel die Folge von voriger Woche, als ich mich auch mit Schingen Jan Genslen unterhalten habe. Darüber, wie man als Zen-Mönch mit dem Leiden und dem Sterben umgeht und wie sich das in den Songs von Leonard Cohen abbildet. Diesmal ging es vor allem um Halleluja, von dem es 300 Versionen gibt. Naja, die Zahl ist sicherlich inzwischen veraltet. Cohen selber hat insgesamt ganze 82 Strophen für das Lied geschrieben. Ein Welthit der ganz besonderen Art, der nicht nur in seinen Aussagen, sondern auch in seiner Entstehungsgeschichte Merkmale aufweist, die zum Zen gehören oder zumindest gut dazu passen. Und damit verabschiede ich mich für heute mit einer tiefen Verbeugung. Herzlich, Ihr Bernhard Lassan. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunk-Beitrag www.kontrafunk.radio folgt vor genau auch mit Vielen Dank.